Jo Leute, was geht ab? Wie haben wir vor 3 Wochen aufgehört mit einem Gewinnspiel und wie fangen wir auf dem Channel wieder an? Ja, Mikrofon, du Heisel, bleib so wie du bist. Wir fangen wieder an mit einem Gewinnspiel. Natürlich gibt es auch Let's Play sofort oder Gameplay. Aber wir starten wieder mit einem Gewinnspiel, denn die Jungs von Fast to Play sind so cool, dass uns die noch etwas zur Verfügung stellen. Und wir machen es wieder genauso wie beim letzten Gewinnspiel, nur dass ihr diesmal einfach schreibt Hashtag IchWillSchonWieder. Die Spiele, die es gibt, die blende ich euch mal hier ein. Und stehen natürlich auch wieder mal unten in der Infobox. Einfach schreiben als Komment Hashtag IchWillSchonWieder und dann das Spiel, was ihr haben wollt. Schöne Grüße an dich Yendak, du hast ja letztes Mal gewonnen, du darfst nicht mehr mitspielen. Nein, Spaß natürlich, du kannst natürlich auch wieder teilnehmen, ist eh ganz klar. Nur ich würde mir an deiner Stelle nicht nochmal den Witcher 3 wünschen, aber bleibt dir die überlassen. Natürlich sind alle Spiele wieder exklusiv für den PC von Fast to Play zur Verfügung gestellt. Wenn ihr die haben wollt, einfach Hashtag IchWillSchonWieder in die Comments rein. Natürlich abonniert müsst ihr sein, ihr habt von jetzt an zwei Wochen Zeit bis zum 24.02. Nicht vergessen, in einem Schalter darf man nicht automatisch fahren. Ansonsten vielen Dank für die vier neuen Abonnenten, die ich in der Zeit, wo ich nicht dabei war, bekommen habe. Herzlich willkommen auf dem Channel. Und natürlich an alle, die mir treu geblieben sind, vielen Dank, dass ihr nicht die abonniert habt. Sehr coole Sache. Ansonsten Gameplays folgen natürlich wieder auf dem Fuß, jetzt geht es wieder munter weiter. Und ich sage, wir sehen uns dann beim nächsten Gameplay. Bis dann! Jo Leute, was geht ab? Willkommen in der Endcard. Viel ist ja heute noch nicht passiert, aber ein Daumen hoch für ein Gewinnspiel würde natürlich trotzdem enorm viel bringen. Weil da kann ich nämlich instant zum Obama laufen und sagen, ja, ich habe ein Daumen bekommen. Nein, nein. Vergesst das einfach. Trotzdem, Däumchen. Ansonsten abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Hier drüben könnt ihr uns auf Facebook oder Twitter besuchen. Und hier gibt es uralte Gameplays, Let's Plays, whatever. Ja, also schaut es da mal rein. Ansonsten einfach mal einen Kommentar hinterlassen. Würde mich freuen. Wir sehen uns. Tschüss!